Um es gleich anfangs zu sagen, es ist absolut nicht hinnehmbar, dass die Telekom jetzt nach Corona die Ausbildungszahlen kürzt. Telekom ist zum Teil im Staatsbesitz. Die Verantwortung dieses Unternehmens besteht also auch gegenüber der Bundesrepublik Deutschland und seinen Bürgern. Insofern fordere ich dringendst den Konzern auf, seine Politik zu überdenken und die Zahlen für Auszubildende und Studierende im Unternehmen wieder drastisch und deutlich zu erhöhen. Mindestens dem anzupassen, was noch vor einigen Jahren im Konzern üblich war.